Herzlich Willkommen bei Brenten-Mundorf. Im Jahre 1995 haben die Astronomen eine atemberaubende Entdeckung gemacht. Sie haben den ersten Exoplaneten außerhalb unseres Sonnensystems um einen hauptreinen Stern entdeckt, das ist 51 Pekassi b, der den Eigennamen Dimitium trägt und der Stern Helvetios 51 Pekassi umkreist. Es wurde am 6. Oktober 1995 entdeckt und ist 48,9 Lichtjahre entfernt. Dieser Planet hat mindestens eine halbe Jupitermasse und umkreist den Stern in einem Abstand von nur 0,05 astronomischen Einheiten und benötigt für einen Umlauf 4,23 Tage. Die Oberflächentemperatur liegt bei knapp 1000 Grad und magiert von einer gebutten Rotation aus, da der Planet seitlich an seinem Stern liegt. Beobachtet wurde der Planet mit Hilfe eines hochauflösenden Spektrographen der leichte regelmäßige Veränderung der Radialgeschwindigkeit des Sterns von 70 Meter pro Sekunde erkennen ließ. Diese wohlmöglich durch den Einfluss eines nahenschweren Himmelskörper erzeugten Schwangungen deuten von Anfang an auf ein Jupiter großes Objekt in nur 7 Millionen Kilometer entfernt zu 51 Pekassi b hin. Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!